Veränderungen treffen einen oft unvorbereitet. In Beziehungen, im beruflichen Leben oder in der Gesundheit. Oder du steckst in der Situation fest, fühlst dich überfordert oder unterfordert, im Hamsterrad gefangen und kommst nicht weiter und brauchst Veränderung oder wünschst dir Veränderung. In beiden Fällen brauchst du einen Plan. Das Coaching mehr vom Leben. Zeig dir diesen Plan, zeig dir Strategien und ein System, wie du aus dieser Krise herauskommst. Melde dich hier unten an, klick jetzt hier.